Die Wohnhausanlage Gneixendorf entwickelt sich rund um einen grünen und offenen Hofbereich, dessen Zentrum ein idyllischer Schwimmteich bildet. Dreiseitig ist dieser Hof von zwei- bis dreigeschossigen Baukörpern umgeben, welche vor allem zwei- und dreizimmerwohnungen mit 55 bzw. 75 Quadratmeter beherbergen. Im Westen des Hofes liegen schmale zweigeschossige Reihenhäuser mit eigenen Gartenanteilen. Westlich dieser Reihenhäuser bilden fünf eingeschossige Hakenhäuser weitere kleine Höfe. Die Wohnhausanlage überrascht mit vielfältigen Aus- und Durchblicken. Die Wohnungen sind teilweise zweiseitig orientiert und öffnen sich zum Innenhof. Zwischen den Baukörpern ergeben sich Ausblicke in die umliegenden Weinberge. Zur östlich gelegenen Schnellstraße hin schützt ein dreigeschossiger Baukörper mit Laubengangerschließung die Wohnanlage. Der Laubengang ist mit einem Stangenwald aus entrinderten Baumstämmen und Acrylglas geschlossen, um den Schallschutz zur Straße hin zu gewährleisten. Die Pufferzone zur angrenzenden Schnellstraße wird für die zugeordneten BKW-Abstillflächen genutzt. Der Laubengang, welcher 25 Geschosswohnungen erschließt, ist großzügig von diesen abgerückt, sodass zu den Wohnungen hin ein heller und offener Luftraum entsteht. Im Süden ermöglicht eine hohe, transparente Schallschutzwand den Ausblick aus der Wohnanlage in die grüne Landschaft der Umgebung. Es ist eine kompakte, sympathische Anlage als zeitgemäße Antwort im Hinblick auf Wohnqualität und sensible Flächennutzung.